Ich bin jetzt auf dem Weg zu Hermes. Mein Paket ist nämlich angekommen. Meine Zusatzteile für die Kamera hatte ich hier angekündigt, dass die vielleicht heute kommen. Tatsächlich. Eigentlich sollten sie morgen kommen, jetzt sind sie heute schon. Freut mich, weil vielleicht kann ich da ein bisschen joggen gehen mit der Kamera. Mal gucken. Werd's mal ausprobieren gleich. Wetter ist, wenn die Sonne knallt, richtig warm. Wirklich. Ich hab jetzt noch mal eben mit meinem Sohn gesprochen. Und ist Miley zu Hause abgeliefert. Auch ein bisschen Bauchschmerzen bekommen wieder. Keine Ahnung, wie ist bei mir da morgen drin. Ich bin jetzt wieder da. Müsste kurz noch mal ein paar Papiersachen erledigen. Denn ich war ja beim Hermes Shop und hab die Pakete abgeholt. Die packe ich jetzt einmal mit euch zusammen aus. Da denkst du, wo ist eigentlich mein Schatthefen? Oben wahrscheinlich, ne? Das ist doch nicht wahr. Da hab ich aber keine Lust, jetzt hinzulaufen. Dann müsst ihr hier irgendwo draufstehen. Mal gucken. Also, wie ist das? Das steht hier nämlich auf meinem Klebeband und auf den Aktenordnern. Sehr rackelig alles, ne? Geht. Gut. Fangen wir mit dem... Nein? Okay. 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 Einiges Platz hier und runter. Auf meiner Briefwaage steht er jetzt. Okay. Das ist auch gut. Hier ist das erste Paket. Das sind Teile, wo ich mit einer Action-Kamera, während ich laufe, spazieren gehe und ähnliches mache. Sozusagen, dass ich das befestigen kann. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. So sieht das aus. Und ich hatte schon ein paar Reviews dazu gesehen. Ist natürlich nicht so hochwertig alles, aber bestimmt für meine Zwecke trotzdem geeignet. Das ist die Case, wo quasi die Action-Kam dann reinkommt. Und das sind dann die Teile, die mir hier entgegenkommen. Da bin ich gespannt. Ich bin von der Case positiv überrascht, weil in den Reviews war das sehr viel von schlechterer Qualität. Klar, sie hat keine Hartschale, aber das ist auch jetzt nicht so unbedingt nötig. Ich finde die ganz gut. Und Reißverschluss ist auch in Ordnung. Deswegen glaube ich mal, dass das für meine Zwecke ausreichend ist. Jetzt komme ich mal zu dem ganzen Inhalt hier. Obwohl wir das eigentlich auch in einem extra Video machen könnten. Aber ich zeige euch erstmal so ungefähr, was das sind. Das sind halt so Burte, damit man die Kamera dann da befestigen kann. Und damit ich dann mal gucken, wie die Qualität ist. Und genau, das mache ich vielleicht am extra Video für Leute, die sich das auch, und die das auch interessiert, euch ja wahrscheinlich eher nicht. Deswegen lasse ich das. Und dann habe ich hier noch ein zweites Teil. Das war nämlich in dem Set nicht mit dabei. Ich wollte darüber auch gerne haben. Das ist ein Gurt, der einseitig getragen werden kann. Da muss ich nicht so einen Brustkorb tragen. Beim Joggen oder so. Oder beim Spazierengehen einfach nur. Und das fülle ich mir jetzt auch mal raus. Das sieht so aus. Da ist kein Verschluss dabei. Das müsste ich jetzt einmal aufreißen. Das sind zweimal die gleichen Teile. Also zwei Teile. Ich glaube, 15 Euro haben diese Teile gekostet. Also das ist quasi ein Seitengurt. Und hier kommt die Kamera rein. Die Action-Kamera. Allerdings fahre ich jetzt hier gerade mal dieses Feststellding. Ich habe das zwar alles. Aber ich hoffe, das passt auch mit meinen Feststelldingern zusammen. Das müsste ich mal kontrollieren. Eben, sonst müsste ich das nämlich zurückschicken. Einen Moment. Ich bin ja auch so ein bisschen blöd mit solchen Sachen. Das sind nämlich diese Dinger dafür. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, funktioniert. Passt also. Da kommt nämlich dann die Kamera. Kommt in diese Nippel hier rein. Und dann kannst du das damit feststellen. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen Angst, dass das so ein bisschen nicht hochwertig ist. Aber ich glaube, das sieht relativ stabil alles aus. Weil die Originalteile kosten natürlich um einiges mehr. Deswegen. Aber es ist in Ordnung. Also ich würde mal sagen, das ist erstmal nicht gut. Jetzt muss ich natürlich nochmal gucken, wie das Ganze gleich funktioniert. Weil da bin ich ja ein bisschen blöd. So. Das soll. Man soll das einfach nur um die eigene Schulter tragen müssen. Und dann quasi hier einmal so drum. So ungefähr würde das aussehen. Und dann hätte ich quasi die Kamera hier vorne. Sodass ich dann einfach spazieren gehen kann. Ohne meine Kamera ständig festhalten zu müssen. Und das würde ich in Alain ja unheimlich gerne machen. Und genau. Das gefällt mir jetzt richtig gut. Kann ich auch verstellen. Diesen Hebel hier. Jetzt kriege ich eine Nachricht. Jetzt muss ich mir eben Schluss machen. Komm. Heilig. Ja, mein Lieben. Ich habe... Jetzt rede ich parallel mit euch und parallel mit meiner Kamera. Ich habe mir die Kamera hier jetzt aufgeschnallt. Und bei riesigem, starken Wind bin ich hier im Wald unterwegs. Und habe euch schon mal so einen kleinen Mailikon, kleinen Vorgeschmack da drauf geben wollen. Wie es ist, wenn wir in Alain ja sind. Und dann werde ich nämlich diese Kamera immer, wenn das jetzt funktioniert hier, ich hoffe es ja, werde ich die Kamera dann immer, ja, ab und zu mal anmachen. Damit ihr mich dann auch seht. Jetzt noch einmal nach unten. Ich will mal gucken, ob immer noch alles in Ordnung ist. Ja, die Aufnahme scheint zu laufen. Also hoffe ich mal, dass alles klappt. Und ich bin auch gespannt, wie der Ton ist von der Kamera, weil es soll eigentlich gut sein. Weil mein Ton auf meinem Handy, der ist ja tatsächlich nicht mehr so gut. Aber jetzt will ich nicht doppelt alles aufnehmen. Also Handy, ihr seid jetzt heute erstmal verabschiedet. Ich versuche jetzt gerade mit meiner Kamera zu laufen. Und gleich mal zu gucken, wie das Ganze mit der Bewegung klappt. Ja, das war jetzt nicht so lang gewesen, ne? Ich bin jetzt schon kaputt. Gehen wir mal erstmal ein Stück. Ich will meine Knie ja nicht überlassen, weil ich habe sowieso schon wieder Knie-Schmerzen seit ein paar Tagen. Weiß auch nicht warum, aber ich denke mal, dass sich das Wasser ansammelt wieder in meinem Bein, warum auch immer. Durch die Lipödeme oder Lipödeme bedingt. Manchmal werdet ihr dann, falls die Aufnahme hier funktioniert, dann auch ab und zu mal schon gesehen haben in dem Vlog, was ich jetzt hier erzähle. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ihr könnt ja dann vorspulen. Gleich werde ich aber nochmal ein Stück joggen. Aber nicht mit der Hand nach oben, weil das ist ja noch anstrengender, wenn man die Hand nach oben halten muss. Miley, komm schön hinterher. Seh dich da nicht. Nicht, dass du so weit mehr weg bist. Ich bin so tief in den Wald rein jetzt. Darf ich gar nicht. Es ist auch kein Mensch hier, wirklich. So sieht es hier bei uns aus. Einmal so ein Rundumschlag. Ich habe auch gar nicht so richtig geguckt, ob ich alles ausgemacht habe. Nur Kochherd und so, aber ich hatte ja auch nichts an. Wir waren ja mit Miley draußen. Hier kommt wieder das alte Bahngelände. Ich glaube, das ist gar nicht mehr aktiv. Miley guckt ordentlich. Ob alles in Ordnung ist hier. Ja, ich habe immer noch das Handy in Hand und werde mal jetzt wieder ein bisschen joggen. So sehe ich dann immer aus, wenn ich mit dem Handy durch die Gegend laufe. Also seht ihr mich ja ein bisschen mal aus. So, ich glaube, mein Handy ist schon wieder dreckig irgendwie. Miley, komm. Noch ein Stück und dann sind wir eigentlich am Feld, soweit ich weiß. Und dann noch ein Stück, dann müssen wir auch im Nachbardort ankommen. Ich werde euch mal sauber machen. Hat ja keinen Zweck hier. Ja, so ist besser. Komm. Ich habe nämlich eben die ganze Zeit versucht, diesen Gurt richtig fest zu machen, weil das ist schon ein bisschen doof, weil hier sind so Zwischenräume, an dem der Gurt rausrutschen könnte. Ist nicht so qualitativ hochwertig, muss ich sagen. Ich würde mal sagen, wir gehen zurück. Es wird mir hier jetzt doch ein bisschen zu einsam. Gehen wir wieder weg. Zurück. Jetzt ist mir warm. Ich schwitze. Und ich habe das Deo nicht mit euch gemacht heute, dieses Zitronen-Deo. Ja, ihr da unten mit der Kamera müsst leider zuhören. Bei meinem Blog. Ich wollte ja mit euch das Zitronen-Deo ausprobieren. Und das habe ich vergessen. Das müssen wir da morgen machen. Deswegen habe ich gar kein Deo benutzt. Aber das wollt ihr bestimmt gar nicht wissen. Ne, Miley? Wir sind schon vorweg. Das war nicht lang. Mein Akku hat schlapp gemacht hier. Das waren ja gerade mal eine halbe Stunde vielleicht, die der aufgenommen hat. Normaler Reise sollte der mit 85% Aufladung schon eine Stunde halten. Keine Ahnung. Ich hatte schon gehört, dass das der Schlagpunkt ist. Aber ja, muss ich mir halt immer einen Akku dazu mitnehmen. Ich habe nur leider keinen. Das ist das Problem. Müsste ich bestellen, mache ich aber nicht. Aber es ist gut zu wissen, dass man ihn immer wieder aufladen muss. Relativ schnell. Aber das geht auch relativ flott, glaube ich. Bei der Kamera. Ja, so ist das, ne? So ist das. Vielleicht sollte ich mir ein Aufladegerät kaufen. Ich komme gerade nicht raus für die heißen. Die kann ich aber auch in der Türkei sonst kaufen. Wir haben noch ein ganzes Stück vor uns. Eigentlich wollte ich euch mitlaufen lassen, aber das war wohl nichts. Was wir immer hier an den Bäumen so machen. Ich hätte euch das, glaube ich, schon mal gezeigt. Sehr eigenartig. Das ist jetzt hier öfters. An den Bäumen, wenn wir hier spazieren gehen. Da auch. Da hinten. Seht ihr, da ist auch ein Baum. Die haben wir auch da gemacht. Warum auch immer. Was das soll, ich weiß es nicht. Das muss doch anstrengend und mühevoll sein, da mit dem Lineal den ganzen Kram in den Baum zu ritzen. Davon mal abgesehen, dass der Baum das bestimmt auch nicht so toll findet. Aber das sind riesige Bäume. Also ich glaube, das hat denen nichts ausgemacht. Guckt. Da haben sie es nochmal gemacht. Da auch. Da auch. Guckt. Ich verstehe gar nicht, was das soll. Da, den Baum haben sie auch so zerritzt. Meili, komm. Komm. Überall. Das ist ja eigenartig. Da. Hier auch. Komisch. Naja. Mal hierher zum Baumhaus. Auch für euch auf dem Handy. Wahrscheinlich für längere Zeit das letzte Mal. Wir haben hier mehrere solche Indianer-Dinger hingemacht. Ja. Schön war es hier. Wir sind wieder da. Und jetzt einmal Wäsche rausbringen. Hier habe ich nämlich gewaschen. Ganz dringend notwendig. Weil echt nicht mehr viel anzuziehen. Was war es denn da so voll, sagt man? Voll Autosieger. Miley. Auch mit dabei. So. So.